Herzlich Willkommen beim Podcast About the Mind. Bei diesem Podcast unterhalten wir uns mit unterschiedlichen ExpertInnen über Themen wie das Bewusstsein, die Psyche, den Geist und viele weitere Themen. Begleite uns also, wenn Tonka und ich uns mit verschiedensten interessanten Menschen über diese und viele weiteren Themen unterhalten. Sei dabei bei About the Mind. Herzlich Willkommen zu About the Mind. Heute sprechen wir mit Gil Barr. Gil ist gebürtiger Frankfurter, war aber schon überall auf der Welt. Über einige dieser Stationen sprechen wir auch mit ihm, aber auch darüber, was er mit seinem Unternehmen Avalif so tut. Bei Avalif geht es um medizinisches Cannabis. What? Also medizinisches Cannabis in Deutschland und er setzt sich damit dafür ein, dass Cannabis eben als Medizin genutzt werden darf in Deutschland. Ist aber auch nicht das einzige super spannende Thema, über das wir mit ihm sprechen, sondern auch jüdische Meditation. Gil ist praktizierender Jude mit Passion für Meditation. Und das ist eine Tradition, die fast verschwunden wäre. Und was er dafür tut, dass das eben nicht der Fall ist, sondern im Gegenteil, diese Tradition wieder auflebt und weiter verbreitet wird. Darüber sprechen wir mit ihm. Ich will jetzt aber auch nicht zu viel verraten, daher hört euch gerne dieses Gespräch an. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, danke Gil, für deine Zeit. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bevor wir mit dem Interview gleich starten, würde ich dich bitten, dass du dich vielleicht kurz einmal vorstellen könntest. Ja, danke euch für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Und mein Name ist Gilba. Ich bin gebürtig aus Frankfurt. Bin in Frankfurt aufgewachsen, bis auf ein paar Jahre Kindergartenzeit in Berlin damals. Und lebe in Frankfurt mit meiner Familie im Norden der Stadt und bin seit zehn Jahren wieder zurück. Hab Frankfurt nach meinem Abitur verlassen. Bin in die große, weite Welt, damals in die Hotelwelt eingestiegen, mit einem Studium bei der Hotelfachschule Lausanne. Und durfte dann dort in meinen Hotelieraufgaben und der Ausbildung weltweit herumkommen, von Schweiz, Frankreich, Mexiko. Das war alles sehr spannend. Ja, und dann hat es mich so ein bisschen, um euch mal so ein bisschen die Brücke zu geben, wie es dazu kam, dass ich dann vor zehn Jahren entschieden habe, dass ich nach Frankfurt zurückkomme, ist, dass ich dann von der, nach dem Studium an der Uni gearbeitet habe, als Assistant Prof. Und dann bin ich bei einer Firma in London, habe ich angefangen, in der Beratungsschiene, Immobilien, Freizeitimmobilien, Hotelimmobilien, Beratungsschiene und wurde dann abgeworben und bin dann in die Immobilienschiene eingestiegen. Das war vielleicht nicht so ein Weitersprung, aber es war trotzdem ein Sprung damals. Und habe das dann fundiert mit einem Zweitstudium in Reading, in Immobilienwirtschaft und als Immobilienfachwirt. Habe dann auch eine Ausbildung als Chartered Surveyor gemacht und bin von dort dann bei einer Versicherung ins Asset Management gelandet. Also sprich, ich habe die Anlagen der Versicherer damals, ein größerer Versicherer war das Standard Life und das Lebensversicherungsgeld im Prinzip investiert in Europa. Ich war immer der European Guy, so im Prinzip, auch bei meinen ersten Jobs auf der Insel. Mich hat es dann nach Schottland verschlagen und durfte dann von Schottland aus agieren. So, in Schottland hatte ich auch meinen ersten Kontakt zur Meditation. Ja, da komme ich gleich dazu. Denn von Schottland hat es mich dann auch mal nach London gezogen und da bin ich bei Aviva gelandet. Das ist einer der drittgrößte Versicherer Europas. Auch da war ich wieder der European Guy für Immobilien, Asset Management, für das Fondsmanagement-Geschäft bei denen. Und habe tatsächlich 14 Jahre meiner Karriere gewerkelt und bin zwischendurch nach Deutschland gekommen, also vor zehn Jahren. Habe dann hier die Niederlassung weiter ausgebaut. Saß nicht so weit von hier in Frankfurt, im Herzen Frankfurts an der Hauptwache. Und habe das Team damals aufgebaut, die Niederlassung aufgebaut, das Geschäft für Deutschland aufgebaut. Und war dann irgendwann auch in der Geschäftsführung, weltweit in der Geschäftsführung. Ja, dann habe ich letztes Jahr entschieden, dass ich mich meinem Unternehmen widme, Avalif, meinem Start-up-Unternehmen damals. Und habe im Prinzip dem Asset Management-Geschäft erstmal kurz, vielleicht kurzzeitig, wer es längerfristig wird sich zeigen. Habe erstmal mit einer Träne im Auge auf Wiedersehen gesagt und habe mich meinem Start-up gewidmet. Sehr spannend. Wir kommen auf mehrere Punkte gleich noch zu sprechen. Ganz kurz, du hattest erwähnt, dass du in Schottland Meditation kennengelernt hast. Vielleicht können wir da gerade mal ansetzen. Ja, das ist ein guter Punkt, das hatte ich mir auch gemerkt. Ich bin damals über, also ein großes Unternehmen, das kennt ihr sicherlich, ein großes Unternehmen. Ich denke mal, Standard Life war einer der größten, also ist wahrscheinlich immer noch einer der größten Arbeitgeber Schottlands, Edinburgh damals. Und wir sind ein großes Unternehmen. Wir haben natürlich viele auch spannende Sachen, die sie den Mitarbeitern auch anbieten können. Und ich habe mich damals durch die Angebote im Intranet durchgearbeitet. Da gibt es natürlich Rabatte bei Restaurants oder Pubs oder anderen Fitnesscentern als Beispiel. Und dann stieß ich auf Meditation, also ein Angebot eines Meditationslehrers, der sich dann über die Plattform, eine Intranet-Plattform der Firma vorgestellt hat. Und dann habe ich den tatsächlich angerufen, eines Abends, ich saß im Büro und dann habe ich den angerufen. Und der war so überrascht, dass diese Anzeige noch geschaltet ist, denn der hatte sie eigentlich schon vergessen. Ich war wohl auch der Einzige, der sich aus dem gesamten Unternehmen bei ihm gemeldet hat. Und wir kamen uns irgendwie gleich am Telefon über die Stimmen energetisch gleich sehr gut zusammen. Und habe dann mit der Meditation losgelegt. Und das war sehr spannend. Ich bin durch ihn an die Meditation gekommen. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Miles heißt er, wie ein bekannter Musiker auch. Und wir kamen uns sehr nah, auch persönlich. Wir kannten uns da, wir kannten meine Familie. Unsere Tochter wurde dann ja auch geboren, unsere erste Tochter. Er war dann öfters bei uns zu Hause. Wir haben zu Hause meditiert, anfänglich. Und das war auch sehr spannend, wurde die Meditation sehr getestet. Denn wir haben meditiert im Unternehmen selbst, in einem Meetingraum. Jetzt, wie man es kennt, vielleicht für die, die in einem Unternehmen arbeiten, ist, zwar hat man einen Meetingraum gebucht, trotzdem schafft es immer wieder jemand aus dem Unternehmen reinzuplatzen in den Meetingraum. Also wir saßen in diesen, in den Meetingräumen und wirklich grundsätzlich neun von zehn Mal ist jemand reingeplatzt. Und immer wieder. Und wir haben uns immer wieder getestet. Und es war ein guter Test. Denn irgendwann mal, ich glaube, das war so nach einigen Monaten, hat er zu mir gesagt, ich glaube, du bist bereit, dass wir rausgehen zu meditieren in die weite Welt. Denn du hast dich zum ersten Mal nicht durcheinander bringen lassen, dass ein Kollege einfach reingestürmt ist in den Meetingraum. Sondern du bist ruhig geblieben, ist kurz genickt, Augen aufgemacht, gesagt, wir brauchen noch zehn Minuten. Augen zugemacht und weiter meditiert. Und das war so dieser Punkt, der ist mir im Kopf geblieben. Das war für mich so ein Umschalter. Da ist mehr dahinter. Und wir haben dann Gehmeditation im Freien gemacht, in der Natur meditiert, bei mir zu Hause meditiert. Wir haben uns aufgenommen, Meditation. Ich bin damals sehr, sehr viel gereist und konnte immer wieder die Meditation tatsächlich auf meinen Reisen sehr viel testen. Ich war the European Guide. Das heißt, ich hatte in Kontinentaleuropa sehr viel zu tun. Das heißt, immer wieder drei von vier Wochen war ich unterwegs. Immer mit einem Umsteigen in London nach Birmingham oder Paris. und hatte sehr viel Zeit im Flieger. Und die habe ich tatsächlich immer, denn mein Flug hat immer mit einem Gebet angefangen, ein Reisegebet für die Reisen und eine Meditation. Und das war wie so ein Habit, den ich mir antrainiert habe, für den ich sehr dankbar war. Und was für eine Art Meditation war das damals für dich? Ja, so einen Namen konnte ich dem damals nicht geben. Ich habe ihn auch nie gefragt. Ich habe mich mit dem Thema Meditation nie, also so jetzt von der akademischen Seite, nie befasst vorher. Ich fand das einfach spannend. Im Nachgang, ich hatte ihn damals in London mal kurz getroffen. Der hatte irgendwie einen dreimonatigen Aufenthalt in London, war dann auch bei uns zu Hause. Und dann hatte ich ihn irgendwann, als ich mich dann schon vertieft hatte in die Materie und dann wirklich gesehen habe, es gibt so viele verschiedene Meditationswege, und so viele verschiedene Bezeichnungen dessen, ihn gefragt, was das für eine Meditation ist. Und der konnte es mir tatsächlich nicht sagen. Aber es ist letztendlich, es ist eine Achtsamkeitsmeditation, sehr viel über das Atmen, also der Anker bleibt die Atmung. Und dann, das ist vielleicht noch eine gute Brücke rüberzuschlagen, wie ich denn zu einem meiner, so an meiner Herzensthemen und Widmung auch komme, zur jüdischen Meditation. Damals hatte ich von relativ anfänglich den Gedanken und die Frage immer wieder im Hintergrund. Und ich war damals doch auch auf meinem jüdischen Weg sehr weit und war sehr aktiv, auch mit der Familie sehr aktiv in Schottland. Es war eine sehr kleine Gemeinde damals in Schottland, die jüdische Gemeinde, die interessanterweise wenig mit Schotten zu tun hatte, sondern die Schotten sind fast alle weggezogen aus Edinburgh durch die jüdische Gemeinde, sondern auch sehr viel Deutsch gesprochen wurde in der Synagoge von Älteren, der älteren Generation, da waren einige aus Kindertransport, die es damals glücklicherweise geschafft hatten, aus Deutschland zum Holocaust zu fliehen und dann in Schottland tatsächlich gelandet sind bei Familien damals als Kinder. Aber auch Jugendliche, die da zum Studieren waren oder die so wie ich gearbeitet haben. Und also es wurde auch sehr viel Deutsch gesprochen durch die Gemeinde dort. Sie war kunterbunt, muss man sagen. Und ich damals auf dem Weg immer wieder mich gefragt habe, es muss doch irgendwie eine Verbindung, Meditation, Judentum. Klar, das Gebet ist eine Art der Meditation, es ist ein aktives Gebet. Es gibt das stille Gebet im Judentum. Aber wo ist Meditation per se? Also ich hatte immer wieder den Impuls und das war so die Brücke, die damals zusammengekommen ist. Wann war das zeitlich ungefähr? Ja, das habe ich gerade auch daran gedacht. Ich glaube, es waren 18 Jahre, ist es ja, 18, 19 Jahre her. Wow, okay. Und dann hast du praktisch versucht, eine Brücke zu schlagen von dieser Achtsamkeitsmethode, von der Meditation, wie du sie kennengelernt hast mit Miles, deinem Lehrer damals. Und wolltest du das praktisch verbinden mit deiner jüdischen Herkunft? Ja, genau, genau. Aber nicht nur der Herkunft. Wie hast du es dann? Entschuldigung, ne Frage. Genau, und generell auch Praxis. Also natürlich nicht nur die Herkunft, sondern generell mit der jüdischen Praxis. Wie hast du es zusammengebracht? Ja, das ist eine gute Frage. Wie habe ich es zusammengebracht? Also ich habe jetzt im Nachhinein, scheint der Weg natürlich irgendwie strukturierter zu sein, als das, was es eigentlich war. Ich bin den Impuls immer wieder mal nachgegangen, habe geguckt. Ich habe tatsächlich Literatur auch gefunden, nicht viel. Ari Kaplan ist ein Rabbiner, der sich dann mit dem Thema jüdische Meditation befasst hat. Er hat sogar ein Werk damals geschrieben, Jewish Meditation. Das fand ich ein bisschen schwer, schwerer Tabak, das umzusetzen, weil das war ein bisschen zu weit von der Meditation. Aber es waren immer wieder Impulse, die mich dahin gebracht haben. Wir sind damals nach London, das habe ich ja gesagt, zurückgezogen. Ich war damals bei einer Gemeinde in Norden London. Wir haben in Norden Londons gewohnt. Klar, die jüdische Gemeinde oder die Gemeinden und die Gemeinschaft in London ist viel, viel größer als in Schottland. Die Vielfalt ist auch größer. Wir waren bei einer Gemeinde Jakar, eine sehr lebendige Gemeinde und eine jüdisch-orthodoxe Gemeinde, sehr lebendig, eine open-orthodoxe Gemeinde. Und die hatten tatsächlich eines Abends, also über einen Newsletter, kam dann eine Einladung zu einem Meditationsabend. Da dachte ich, na, siehst du, da ist doch was. Und dann bin ich zu dem Meditationsabend, der war geleitet von einem Mitglied der Gemeinde. So viele waren da gar nicht da. Es war ein Impuls, es war noch nicht das, was ich gesucht hatte. Es war ein Impuls, es war ein Meditationsimpuls. Also entweder hat mir das jüdische dann irgendwo, also die Verbindung hat mir gefehlt oder die meditative Verbindung hat gefehlt. Und immer war etwas, was ich gespürt hatte, das ist nicht integriert, nicht voll integriert. Das war so das Wort, das ich gesucht hatte. Und ich kam dann immer wieder zur Meditation zurück, auch über Yoga. Ich hatte damals bei meinem Arbeitgeber damals, bei Aviva, das Glück, dass die Yogakurse angeboten hatten in der Firma selbst. Das war sehr spannend, weil, also es waren lange Arbeitszeiten. Das war dann ein erwünschter 5 Uhr, ich sage halbtags, 5 Uhr, 17 Uhr nachmittags, halbtags Unterbrechung im Prinzip, um dann wieder zurückzukommen zum Tisch. Aber es war wirklich sehr spannend, da man, es war eine gute Unterbrechung, aber es war tatsächlich, es war sehr viel Meditatives dabei. Die Atmung war sehr viel im Mittelpunkt, stand im Mittelpunkt. Und so kam ich wieder zur Meditation, ja, es war immer wellenartig. Und so kam ich zum regelmäßigen Meditation. Dann hatte ich tatsächlich mal wieder online was gefunden zur jüdischen Meditation. Und ich bin gerade überlegen, es gab noch einen weiteren Punkt, der mir jetzt, ah, und dann, als ich dann in Frankfurt war, habe ich mir vor 2014, das sind jetzt sechs Jahre, vor sechs Jahren, hatte ich mir gesagt, na gut, jetzt nimmst du dir mal einen Monat frei. Das war wirklich die längste Zeit, ich hatte damals nie mehr, glaube ich, als zwölf Tage Urlaub genommen, bis dato. Und dann habe ich mir gesagt, so, jetzt nimmst du dir mal einen Monat frei, musst du auch die Hälfte unbezahlt nehmen, aber wir haben einen Monat freigenommen und habe mich vertieft in die jüdischen Studien und bin in Nezhiwa, nach Jerusalem gegangen, habe dort einen Monat gelernt, im Sommerkurs. Das war die Mahom-Baredes in Jerusalem, was faszinierend war. Das war eine sehr prägende Zeit für mich, der Monat. Ganz kurz, du hast gerade zwei Begriffe genannt, die ich nicht kenne. Ja, es ist ein Lehrhaus, in dem man lernt, traditionell aufgebaut an Lernen im Judentum, in dem du mit deinem Partner zusammen lernst, Texte lernst, dich vertiefst in die Texte und mit verschiedenen Lehrern auch gleichzeitig. Das nennt man Lehrhaus. Man muss sich das so vorstellen, wenn man Filme schaut und man sieht, wie Juden, die zusammen lernen, den Talmud zum Beispiel oder Texte lernen und miteinander diskutieren, genau so ist das. Das ist ein offener Diskussionsraum. Diese Jeschiva, also dieses Lehrhaus, ist das erste für Ausländische, also für die aus der Diaspora kommende Juden, das es in Israel gab, das ist, glaube ich, in den 50er, 60er Jahren aufgemacht worden, also sehr anglosächsisch, sehr nordamerikanisch, dann getrieben natürlich für Diaspora. Also alles auf Englisch zum Großteil, natürlich die Texte auf Hebräisch, man hat auch manchmal auf Hebräisch Übersetzungen gemacht, Interpretationen und sonst sehr viel, aber im Austausch auch auf Englisch ausgetauscht. Also es war sehr spannend, ich habe spannende Menschen kennengelernt auch, Freundschaften bis heute auch gebildet. Ja, und da kam ich tatsächlich zum ersten Mal durch, wo ich gesagt habe, oh, da ist die Symbiose. Es kam eine Dame einmal zum, das war ein Nachmittagsvortrag, das war jetzt nicht ein strukturelles Lernen oder nicht unbedingt textbezogenes, aber es ging, sie ist selbst Therapeutin, orthodoxe Jüdin, fromme Jüdin und sie kam und hat als Therapeutin einfach über therapeutische Arbeit im Judentum einen Text gesprochen und fing ihren Vortrag an mit einer Meditation. Und dann dachte ich, oh, wunderbar, da ist sie, da ist die Symbiose. So, das war das eine. Dann gab es einen Lehrer, Rabbi Feuer, Mike Feuer, faszinierender Mensch, sehr vielfältig, auch archäologisch sehr bewandert, geschichtlich sehr bewandert, ist Lehrer und er hatte zum ersten Mal meditative Strukturen in das Gebet selbst mit eingebracht. Also auch sehr viel aus Sufi, er hat sich mit Sufi-Meditationen sehr viel auseinandergesetzt und hat geschaut, gibt es hier irgendwelche Punkte, die es auch im Judentum gibt. Den hatte ich zum ersten Mal damals beim Gebet beobachtet mit meinem damaligen Kumpel, Jason Kravitz, ehemaliger Berater von Barack Obama. Ja, ich war auch sein Trauzeuger bei der Hochzeit und wir waren immer Buddies im Prinzip bei der Elchiva und wir haben ihn beobachtet beim Gebet. Also, was macht er da? Ja, das ist, er betet, aber er betet irgendwie anders. Da ist so eine Tiefe und der war wirklich, also, der hat sich von nichts erschüttern lassen und wenn Krach draußen war und Bewegung und er war so tief in seinem Gebet drin und ich dachte, da ist mehr dahinter. Wir sind natürlich gleich zu ihm hin und haben ihn gefragt, Rabbi Feuer, what are you doing there? What was this? Und dann hat er uns erzählt und wir meditiert und das stille Gebet. So, und da hat, ich würde sagen, das war so der Hauptimpuls, wo ich gesagt habe, okay, da ist sie. Da ist mehr dahinter. Ja, es hat natürlich gebraucht, bis ich dann tatsächlich diese Verknüpfung gefunden habe und die Verknüpfung kam letztes Jahr mit einem Retreat, den ich in England gemacht habe durch die Bewegung Oralev. Oralev ist eine jüdische Bewegung, die sich auf jüdische Meditation, eben genau textbezogen, gesangsbezogen Meditation, die eben genau das Meditative und die Meditation aus dem Judentum nach vorne holt. Sie fundiert, sie zeigt, aufzeigt. Da war auch ein Experte für rassetische Gesänge, also Gesangsmeditation, sehr viele Mantras, die gesungen werden. Nigun, Nigun ist so ein Mantra. Ich könnte mal eins vorspielen, wenn es euch interessiert, damit ihr so ein Beispiel hört, was so ein Nigun ist, was man jüdisch immer hört und wie so eine Bewegung, wo man dazu schaukelt, der sich immer wieder erholt, eine Melodie, die man immer wieder singt und mitsingt und den Text dazu. Der Experte war da und er war zum ersten Mal, würde ich sagen, die gelebte Symbiose von beiden. Das Judentum ist gestrukturiert. Es waren vier Nächte, viereinhalb Tage waren das, stille Meditation, silent, mindful Jewish Meditation. Wie war dieses Retreat aufgebaut? Wie war der Alltag so? Sehr still. Wann hat das angefangen? Also wie viel Uhr steht man auf? Wie sehen die Blöcke aus? Wie sieht das aus mit... Also isst man dreimal am Tag? Ich wollte nochmal dazu fragen, weil ich glaube, das würde passen. Also wie hat sich dann für dich gefühlt? Erstmal komplett eine andere Routine und so viel in der Stille. So ein Mensch, der eigentlich aus einem großen Staat kommt, wo immer wahrscheinlich auch mental und physisch beschäftigt war, auf einmal so ein Ort, wo sich echt damit auseinandersetzen musste, erst mal still zu sein. Wie hast du das verarbeitet? Und wie hat es sich angefühlt? Also, sehr viel, sehr viel Emotionen, die wieder... Und ich danke euch, weil das ist wirklich eine Erinnerung, die natürlich sind Erinnerungen, die verblassen natürlich schnell, aber die sind verinnerlicht. Also, ich habe lange mit vielen gesprochen. Ich habe damals zu der Zeit, letztes Jahr, einen Kurs angefangen über... Der ging um mit einem Rabbiner, mit dem ich heute auch noch zum Teil lerne, Rabbi Daniel Silverstein, selbst in der jüdischen Meditation aktiv, orthodoxer Rabbiner, auch Hip-Hop-Sänger übrigens, und Meditationslehrer auch, lebt jetzt in Jerusalem. Sehr spannende Persönlichkeit. Mit ihm habe ich letztens einen Kurs über Kabbalah, aber der erste... egal. Also, es war ein Kurs, ich glaube, es ging auch um Kabbalah, kabbalistische Ansätze im Judentum. Und über ihn bin ich zu dieser Vereinigung Aura Lev gekommen, habe gesehen, das war es in UK, und dann habe ich gesagt, das ist da, dann muss ich schauen, was es ist. Also, ich bin da hingekommen, habe mich vorher natürlich Fragen gestellt, sich Fragen gestellt. Ich war dann vor Ort, es ist eine... Also, erst mal Essen, ja, ist eine jüdische Veranstaltung. Essen gehört zum Judentum. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Judentums. Ich komme auch gleich dazu, warum eine Essensmeditation ein sehr wichtiger Bestandteil des Judentums ist. Nicht nur wegen der Feste und wegen der Gemeinschaftlichkeit, die immer wieder auch durch Essen gekennzeichnet ist, sondern es hat eine wichtige, zentrale Funktion auch. Also, Essen gab es. Es wurde... es ging morgens relativ früh los, 6 Uhr. Es ist nicht so meine gängige Zeit, jetzt besonders, wo die Kinder auch älter sind. Es ist nicht mehr so eine gängige Zeit, um 6 Uhr aufzustehen mit dem Gong. Also, kein Wecker, dann ging es, Handys sind da ausgestattet, natürlich auch so ein Silent Retreat. Ich hatte Zimmernachbarn, spannende Personen. Leider nicht austauschen können mit dir groß, außer am Anfang und am Ende. Aber die Realität, also die Tatsache ist, wir sind morgens aufgestanden, haben uns fertig gemacht und dann gab es zwei Streams. Einer war direkt in die stille Meditation erst mal und dann, oder dann Qigong. Entweder das oder das. Ich habe Qigong probiert, bin aber dann bei der Stillmediation geblieben, weil mich das morgens, das war das richtige Werkzeug für mich, morgens gleich in die Stille rein, also gleich meditieren, dann kurz Frühstück und hoch. Sofort ins Gebet. Also dann ins Gebet. Und das war ein, also das war ein sehr spannender, weil man wirklich mit einem anderen Ansatz ins Gebet geht. Und das bringt mich eigentlich zu der Ursprung der Ressourcen, wenn man fragt, wo steht es, wo gibt es jüdische Meditationen? Und die steht tatsächlich relativ früh im Talmud. Und das ist die erste Ressource, die ich gelernt habe, die mich wirklich damals dazu gebracht hat, dazu zu kommen. Da steht drin, dass die Rabbiner damals, und das ist relativ im Rachort 5, also relativ einfach, das ist das erste Buch, der erste Traktat auch von im Talmud, in der Mishnah, Brachort 5.1 steht drin, dass jemand soll nicht im Stille in sein Gebet einsteigen, außer er hat eine gesetzte, geerdete Einstellung oder grounded mind. Und die Weisen haben eine Stunde gewartet, bevor sie ins Gebet eingestiegen sind. Was haben sie getan? Man weiß, sie haben Texte gefunden, auch von Rabbinern aus der Provence, tatsächlich eine Stunde lang, da stand geatmet in den Texten, was ich mitbekommen habe. sehr viel weist auch früh schon, dass die Meditation ein wichtiger Bestandteil, so ein Grundpfeiler im Judentum ist. Und diesen Text hat mir damals der Rabbiner, der uns sehr nahe steht, Rabbi meiner Frau und mir, damals in London uns auch begleitet hat und im Prinzip uns, seitdem ich, seit den letzten 25 Jahren, im Prinzip kenne ich den Rabbiner Jeremy Rosen, eine Persönlichkeit in London, der jetzt in Ruhe stand, also ruhig ist er nicht, auch da ist er aktiv in New York und der hat mich auf diesen Text schon damals, auch das jetzt wieder so ein Impuls, der gerade hochgekommen ist, total vergessen gehabt, dass der mich eigentlich vor 24 Jahren auf diesen Text hingewiesen hat und gesagt hat, was meinst du, haben die Rabbiner, ohne dass ich damals meditativ unterwegs war, immer wieder gefragt, was meinst du, haben die denn da gemacht, dass sie so still saßen? So, und das ist tatsächlich so, das ist diese Stille, also diese Stille, das Atmen, das sich Setteln und Loslegen, das ist ein wichtiger Bestand. Da komme ich gleich hin, wenn wir dann weitersprechen. So, um zurückzukommen zu dem Tweet. Ganz kurz, um das historisch einzuordnen, wie alt ist der Text? Ungefähr? Ja gut, also der Verfasser des Talmuds, Rabbi Yehuda Hanasseh, hat das im dritten Jahrhundert in Israel und das ist ja eine Zusammenfassung aus verschiedenen Texten, die diskutiert wurden und bei bolognischen Zeiten auch, zusammengefasst, den Text selbst nicht, aber wir reden hier natürlich mehrere Jahrhundert alt. Ja, also wir gehen hier zum, ich meine, zum relativ anfänglichen, des gelebten, regelmäßigen Gebets im Judentum über. Und, ja, so von der Zeit her. Vielleicht noch ganz kurz zum Retreat, weil ich da wieder den Bogen spangen wollte auch, so beim Retreat war es dann tatsächlich, dann ging es in die, so nach dem Gebet ging es dann wieder in die, also in die Stille und stille Meditationen, dann wurden ein paar Übungen gemacht, dann wurden ein paar Meditationsansätze, man hat das erstmal über die Atmung, das Anker, immer wieder das Anker gefestigt, geübt, trainiert, dann mit Gesängen noch immer wieder was dazu, dann tatsächlich, also Gedanken folgen, lassen, Raum lassen, spüren, Atmung, Geh-Meditationen, war auch ein regelmäßiger Bestandteil, also in der Natur draußen. Essensmeditationen haben wir auch gehabt, nicht so viel, aber das war ein Bestandteil, Essensmeditationen, also es war sehr viel verschiedene Gesangsmeditationen, die verschiedenen Wege im Judentum, also die gänglichen, Mindful Meditation, was man nennt ja auch, Mindful Meditation, sind alle fest verankert im Judentum, bis hin zu verschiedenen Rabbinern, komme ich auch gleich dazu, und Büchern, die dazu geschrieben wurden, also es, die Meditation ist auf vielen Stufen tief verankert im Judentum, und das habe ich über dieses, diesen Retreat, und danach, Weiterkurse und weiteres Lernen, und Vertiefungen raus, immer weiter bin ich dahinter, und entdeckt auch, dass das so tief verankert ist, dass es eigentlich in irgendeiner Form nach vorne gebracht werden muss, denn es ist leider auch gestorben, zum Holocaust, es gab tatsächlich mehrere Biene, der Letzte, der das sehr aktiv betrieben hat, war der Rap Shapiro, das war der Warschauer Ghetto-Rabiner, der bis zu seinem Tod, bis zum Ende, noch eine orthodoxe Gemeinde im Ghetto, unter all den Schwierigkeiten und den Verboten, die es gab, bis zum bitteren Emel durchgehalten hat, und der hat alles niedergeschrieben, war sehr meditativ unterwegs, hat Leute mit Fragen, ich meine, Gottesgläubigkeit in einem Umfeld, wo man sich fragt, wo ist Gott, wer ist da, wer lässt sowas zu, und diese Fragen, sich damit auseinanderzusetzen, bis zum bitteren Ende, und diese Texte dann aufzuschreiben, und seine Reden aufzuhalten, womit er die Leute noch wirklich auch greifen konnte, hat es vergraben, und es wurde dann nach dem Krieg dann entdeckt, in Polen, von einer Dame, die dort gewohnt hat, die hat diese Texte dann nachkommen gegeben, der hat es dann wieder und es verfasst, und heute gibt es Bücher, ein, zwei Bücher von ihm, auch das ist leider verloren gegangen, und ich glaube, da ist eine Wichtigkeit, weil es ist so eine tiefe Verankerung, dass man sich das heute in vielen, auch in den jüdischen Gemeinden, ja, auf meiner Seite im Prinzip, wenn ich bei mir in der Gemeinde oder unterwegs bin, dass die erste Frage ist, wo steht das, woher kommt das, wirklich, ist es echt so, und es ist verständlich, denn wenn man ohne damit aufwächst, und niemand hat, der ein Lehrer ist dazu, umso mehr, umso mehr sehe ich heute Wichtigkeit, dass man, wenn man Zen-Buddhismus sagt, shine your light in your corner, ja, so eine Wichtigkeit, und das sehe ich so bei mir auch als, ja, so eine, auch eine meiner Aufgaben, ich glaube, eine Verantwortung, die ich entdeckt habe, für mich eben das doch in die jüdische Gemeinde reinzubringen, aber auch nach außen, um zu zeigen, dass es ein fester Bestandteil ist. Interessant, also ich hatte so viele Fragen, weil ich hatte dich gefragt, okay, was stand so genau in dem Text, warum hat Gott denn es zugelassen, was alles passiert ist, und meine nächste Frage wäre, okay, die Meditation ist so arg geankert, also wie du es gesagt hast, also Meditation ist da, um eben, so das, dass man einen grounded mind haben kann, damit man dann später einfacher Gott finden kann, oder mit so einer Haltung dann den Gott nährt, oder was ist dann danach? Ja, ja, also, jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Empfehlen, das war genau die perfekte, man könnte denken, wir haben es abgestimmt, aber wir haben es nicht abgestimmt, also wir kommen, die perfekte, das ist der perfekte Überleitung, also, im Judentum geht es, in der Meditation, und auch da beziehe ich mich natürlich auf die Lehrer, aber es geht tatsächlich um, Ischuf Haddad, Settling of your mind, das ist der erste Schritt, ja, Settling of your mind kann man sagen, okay, worum geht es, das ist Mindful Meditation, Achtsamkeitsmeditation, Atmen, da oben den Bienenschwarm versuchen irgendwie runterzubringen, und, aber das ist nicht das eine, weil das ist die Türöffnung, das wisst ihr ja selbst, ihr seid ja Profis in dem Fall, in dem Bereich, die Frage ist, was du damit machst, ja, die Settling of your mind ist ja im Prinzip die Türöffnung, um was damit zu machen, so, und im Judentum ist es so, dass das Settling of your mind ist, der erste Schritt, warum, und das ist so der kleine Unterschied zur Transzendenz, zur Meditation, es geht nicht darum, dass du eine höhere Sphäre, also dass du nach oben steigst, sondern eher nach unten, habe ich mal so im letzten Kurs, habe ich zu den Leuten gesagt, das ist den Hintern, den Tuchus, wenn man auf Hebräisch sagt, den Hintern auf dem Boden zu halten, den Hintern auf dem Boden, aber was ich damit meine, ist natürlich die Realität, sich der Realität zu öffnen, dem, was da ist, mit dem, und das ist für dich so ein Grundsatz, und ich zitiere ja auch Rabbi Rosen, der immer gesagt hat, to deal with what's on your plate, damit auseinanderkommen, was auf deinem Teller ist, ja, was ist, Tachlis, was ist da, und das ist, dafür ist Jeschufa da, das ist, dieses ruhende Gedanken, ist das Tor zu öffnen, wo führt es weiter hin, und das kommen wir zum zweiten Schritt, und das ist Dvekut, das ist Dvekut, das ist die Verbindung, Connection aufzubauen, okay, zu wem oder zu was, ist die Frage, natürlich zu etwas Göttlichen, nur Raum zu schaffen, eine Verbindung, ist eine Connection da, und es geht um viel beim Connection, übrigens auch, wenn man mit vielen, ich sag jetzt, meditativen, oder rassidischen, jüdischen Leuten, die sich tief in der Mitte auseinandersetzen, und auch fragt, warum Koscher zum Beispiel, ist das Frage, Koscher, es geht nicht um eine Gesundheit, grundsätzlich, natürlich geht es um auch, um einen geschriebenen Text, und was man folgt, aber es geht um eine Verbindung, man baut eine Verbindung auf, die sich über Essen definiert, über Gebet definiert, über deine Aktion definiert, über dein Handeln, über dein geschäftliches Handeln, dein persönliches, dein familiäres Handeln, es geht bis in deinen Alltag, also, in deinen Alltag hinein, und da eine Verbindung aufrechtzuerhalten. Okay, und was ist dann der nächste Schritt, und das ist jetzt die dritte Stufe, das ist Schleimut, Schleimut ist Gesamtheit, Wholeness, um da eine Gesamtheit, dass man eins ist, eins mit der Welt, eins mit Gott, auch hier wieder, man eben mit Gottes geschaffen, der Mädchen eben mit Gottes geschaffen, um das zu zizieren als Beispiel, aber tatsächlich geht es hier dabei, um diese Verbindung hinzukriegen. Und diese Connection im Prinzip, wie so eine Dauer, ich nenne es öfter so, wie so ein Dauerstrom, den man aufrechterhält, den kann man natürlich mit gebeten, aber Meditation ist eben ein sehr hilfreicher Ansatz, und es ist nicht nur ein Ansatz, sondern es ist meiner Meinung nach im Judentum auch ein Teil des Daseins. Ich habe einen kurzen Witz, den ich gerne erzählen möchte, eine Anekdote, die ein Frankfurter Rabbiner mir erzählt hat, als er meinen ersten Vortrag jetzt im Winter gehört hat, den beim jüdischen Schifreizeit war, das wurde ich eingeladen, da habe ich einen Vortrag dazu gehabt, zum jüdischen Meditation, und dann am nächsten Tag hat er gesagt, das hat ihn sehr beeindruckt, meinen Vortrag, er hat wirklich darüber nachgedacht, wie er das mehr Bewusstsein in das Gebet und in sein Tun einbauen kann, hat er gesagt, und er erinnert sich immer an etwas, was er selbst, als er ausgebildet wurde zur Rabbiner, als Anekdote gehört hat. Und zwar, es ist in der Yeshiva, in unserem jüdischen Lehrhaus, kommen die Schüler zum Rabbiner und sagen, Herr Rabbiner, können Sie uns erklären, wie finde ich Glück? Wie finden wir Glück? Wir wollen glücklich sein. Das ist ganz einfach. Was denn? Wenn ihr esst, dann esst. Wenn ihr spazieren geht, dann geht ihr spazieren. Und wenn ihr betet, dann betet. Gucken sich die Schüler an und sagen, ist das ein Witz, oder? Entschuldigung, das ist ja ein guter Witz, wir haben schon etwas Niveauvolles erwartet. Er hat gesagt, nein, nein, das ist die Wahrheit. Wieso ist das die Wahrheit? Ganz einfach, weil wenn ihr esst, denkt ihr ans Gehen, wo ihr hin müsst. Wenn ihr geht, denkt ihr, was mache ich als nächstes? Wenn ihr betet, seid ihr mit den Gedanken schon wieder, was esse ich als nächstes? Insofern, seid doch einfach da, wo ihr jetzt seid. Und die, die Kabat-Zinn kennen, der ja auch jüdisch ist, übrigens wie viele der amerikanischen Mindful Zen Teachers jüdisch sind, Kabat-Zinn, Kornfield und so weiter, Goldstein auch, sind, die viele aus dem Osten damals die Meditationen rüber nach Nordamerika gebracht haben, ist das wirklich so? Ich meine, am Ende des Tages, sei da, wo du gerade bist. Es ist sehr einfach gesagt, aber es ist verdammt schwer. Ja, denkst du, die Menschen dann sind unglücklich, weil die die ganze Zeit nachdenken, was ist nächstes? Also, wenn die Realität praktisch dann nicht glücklich macht, dann wollen die einfach von dieser Realität praktisch rausfliehen. Und das war auch eine Frage, was ich fragen wollte, weil du gesagt hast, okay, man meditiert bei diesen drei Schritten, die du genannt hast. Du hast gesagt, praktisch dann, man meditiert, damit man sich auseinandersetzt, nicht, dass es irgendwo höher geht, irgendwo höher, sondern dass man so den Po auf dem Boden hält. Und das hat mich gefragt, wie würde man das genau, also, wie würde man wissen, dass man nicht fliegt, sondern dass man auf dem Po auf dem Boden ist, dass man weiß, okay, da bin ich richtig. Ja. Ja, wie? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ein bisschen meditativen Praktiken, würde ich sagen. Also, das wisst du ja genauso im Prinzip. Du hast ein Körpergefühl, das du aufbaust, und Atmung, ich glaube, der Atmung ist auch im Judentum sehr wichtig. ich habe ihn letztens, als ich noch mal, bevor ich losgefuckt habe, habe ich in meinem Buch noch mal beglettert, das mich jetzt begleitet hat, Living in the Presence übrigens, von Rabbi Epstein, der auch, ah, Philipp, der ist auch Psychologe übrigens, praktizierender orthodoxer Jude in Jerusalem, lebt in Jerusalem, ist auch Psychologe, PhD, und er hat dieses Buch rausgebracht, hat sich genau damit, mit meiner Suche hat er sich natürlich tiefer befasst, faszinierend, wirklich, Living in the Presence kann ich sehr, sehr empfehlen, ich kann ihn sehr empfehlen, und sein Buch fängt tatsächlich an mit zwei Zitaten, ja, also dieses, die Atmung ist fundiert, die Atmung ist das Essentielle im Prinzip, also wir wissen, dass der Mensch geschaffen wurde erst mal physisch und erst dann kam ja im Prinzip das Leben, die Seele in ihn rein, wenn man jetzt biblisch zurückgeht, in der Entstehung des Menschen, im Prinzip durch die Nase, durch die Nostris, wurde ihm ja Luft, ja, oder Ava, das kann man auch sagen, kommen wir gleich zu meinem Namen, warum Ava lief, zu dem Film, aber wie um da zu bleiben, er hat Luft bekommen und er hat Neshima, wie man so sagt, die Seele im Prinzip, durch in den Körper bekommen und diese Atmung ist ein sehr wichtiger Einstieg, also ich glaube Atmung ist sehr wichtig, dadurch weiß man, dass man nicht Transzendenz im Prinzip, aber es ist nichts falsch bei Transzendenz, ich will nur sagen, dass jeder Weg hat seine Berechtigung, und sein Berechtigungsdasein, weil die jüdische Medizin ist sehr viel eben auf dieses Dasein akzeptieren, hier zu sein. Und das andere ist, was ich vorher gesagt habe, mit dem Glücklichsein, im Judetum gibt es auch so, wer ist glücklich, die Frage wird tatsächlich besprochen, sprich der Väter, glaube ich, ist das, wenn mich das nicht irrt, ich hoffe, ich irre mich da nicht komplett, aber sprich der Väter zumindest, dass gefragt wird, wer ist glücklich? Und glücklich ist der, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Das heißt nicht, dass man nicht Aspirationen haben sollte, übrigens auf mehr, was anderes, sich weiterzuentwickeln, ganz im Gegenteil, das wäre ja so, wie der Motor, der genau ausgeschaltet ist, nur weil er jetzt zwei Kilometer gefahren ist, sondern, dass man erst aus diesem Moment, also wie wir gesagt haben, die Schufahrt hat die Gedanken gesetzt, man ist gesetzt und man realisiert, hier bin ich, das habe ich, das ist meine Aufgabe, das ist mein Teller, hiermit arbeite ich gerade und aus dem Moment kann man erst wachsen. Weil wenn man oben ist und versucht über das Wachsen und sich nur aufs Wachsen konzentriert, rennt man etwas hinterher, ohne im Prinzip zu wissen, wo man ist und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, genauso wie ein Baum, ist, dass man erstmal seine Wurzeln, sich der Wurzeln bewusst ist, wo man sitzt, wo sein Hinter ist, habe ich als Beispiel genannt, wo man verwurzelt ist, wie man ist, wie man aufgebaut ist und von dort, von dem Moment aus kann man wachsen. Ich fand ganz interessant, diese Schritte, die du genannt hast, die sind nämlich, da gibt es auf jeden Fall Parallelen zu anderen Meditationstraditionen, beispielsweise im Buddhismus, also als ersten Schritt dieses Setting of the Mind oder ein Grounded Mind ist praktisch das gleiche wie Shamatha-Meditationen, also bei der wir erstmal beispielsweise mit dem Atem einfach nur den Geist sozusagen trainieren, präsent zu werden, weniger abgelenkt zu sein, um dann im nächsten Schritt damit zu arbeiten. dann hast du noch im ersten Schritt, ich hätte das als Einzelschritt nochmal aufgefasst, gesagt, dass man sich dann, wenn man sich eben gegroundet hat, wenn man praktisch auf dem Hintern sitzt, wie du es genannt hast, dass man sich der Realität öffnet, also beobachtet, was da ist, was tatsächlich gerade passiert, das wiederum wäre wie Passanameditation, Einsichtsmeditation oder auch Achtsamkeitsmeditation und dann der nächste Schritt, die Verbindung zum Göttlichen, also wenn man das Göttliche vielleicht auch mit Liebe oder sowas gleichsetzt, dann könnte das Metameditation sein, dass man praktisch aus diesem ruhigeren, klareren Geist, der versteht, was jetzt tatsächlich da ist, da als nächsten Schritt eben sich dem öffnet und dann den dritten Schritt, den du genannt hattest, weil, dass man dann feststellt, dass man Eins mit Allem ist und das passt, finde ich, zu Shunyata, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kenne ich nicht mehr. Das wird auch die Leerheit genannt und das ist praktisch keine Unabhängigkeit, also dass es praktisch keine unabhängigen Existenzen gibt, dass alles eben tatsächlich irgendwie Eins ist miteinander. Ja, das ist klar. Super spannend. Kann ich dir sagen, was dir auch gefallen wird, ich habe mich jetzt mit den, letztens bei Rabbi Silvestein einen guten Kurs mitgemacht, einen Online-Kurs, der war extremst gut weltweit besucht, da ging es um die Svirot, die Kanäle, wie mit dem Kabbalah, kennt man den Mensch, aufgebaut, wenn man schon mal gesehen hat, eine Kabbalistische Karte eines Menschen mit verschiedenen Feldern des Menschen, sehen wir als Kanäle, im Judentum sind es eher Kanäle, die da sind, um etwas göttliches, eine göttliche Verbindung aufzubauen mit Menschen. Da gibt es verschiedene, da gibt es die Seele, seelische und so weiter, gedankliche und verschiedene Kanäle im Judentum. Und das ist ein Thema, das sich bis jetzt immer sehr angeschnitten hat. Ich habe ja eben diesen Kurs gemacht, da kann etwas umpassen, weil wir gerade mit dem Startup richtig losgestartet sind und ich ziemlich wenig Zeit hatte. Aber das war sehr interessant, denn ich hatte mich letzten Sommer mit Chakren auseinandergesetzt, die ähnlich angelegt sind, vielleicht etwas weniger von der Anzahl, aber sehr ähnlich angelegt sind. Und es gibt sehr viel Ähnlichkeit. Und was ich sagen wollte damit ist, dass es eben so viel im Judentum gibt zu dem Thema, dass es ist meiner Meinung nach wert, das weiter auszugraben. Weil es ist tatsächlich im Moment noch vergraben zum Großteil. Es ist wert, das auszugraben. Es ist wert, das nach vorne zu bringen. Es ist insbesondere auch für jüdische und nicht jüdische Leute wichtig und hilfreich, sich damit auseinanderzusetzen. Aber insbesondere für Leute, die auf der Suche sind. Und es sind mehr und mehr Menschen auf der Suche, die eben suchen über das Physische hinaus, die seelische Seite an der seelischen Seite und an sich arbeiten möchten. Und ich glaube, da gibt es sehr viel, was das Judentum anbieten kann. Das ist ein Computer, der sehr powerful ist, der erst kürzlich, glaube ich, jetzt weltweit Israel gibt es eine erste Bewegung. In Nordamerika gibt es jetzt einige Bewegungen. Und jetzt im UK, in Frankreich gibt es eine kleine Bewegung. Dieser alte Computer ist jetzt im Prinzip jetzt wieder mit Strom. Der war immer angeschaltet, aber so im Prinzip hat jetzt jemand den Bildschirm im Prinzip wieder angeschaltet und es nach vorne gebracht. Und ich glaube, da ist noch viel, viel Arbeit, das nach vorne zu bringen. Was interessant ist, dass wir man, hat er ja vorhin genannt, ein paar Namen genannt, dieser bekanntesten Kabat-Zinn, Cornfield, Cornfield, ja, Cornfield, genau, ja. Und es gibt einen Film und ein Buch, The Jew in the Lotus, glaube ich, heißt das Buch. The Jew in the Lotus, The Jew in the Lotus. Das habe ich auch gelesen. Also ich war schon länger auf der Suche übrigens und tiefer, manchmal doch tiefer. Und da ist klar, dass es in Amerika gab es damals schon in den 70er Jahren eine große Bewegung des Buddhismus. Sehr viele jüdische Leute, die unterwegs waren. Deshalb die Bezeichnung Jubu. Sehr bekannt. Sehr, sehr bekannt. Hat Anthropologe übrigens, ein deutscher Anthropologe, zu dem Thema recherchiert. Jubu und deutsch-jüdisch, buddhistisch. recherchiert und hat auch gefunden, dass das erste judistische Kloster, das damals in der Weimarer Republik gegründet wurde, von jemandem Juden gegründet wurde, jemandem Jüdischen, der das rübergebracht hat und natürlich dann wieder fliehen musste, ein paar Jahre nachdem er es nach Deutschland gebracht hatte. Und ja, und es sind sehr, sehr viele, besonders in Nordamerika, sehr, sehr viele jüdische Leute, die wirklich danach suchen, nach etwas Meditativen, nach etwas Erweiterten und sie eigentlich, wenn das jetzt auch weiter nach vorne kommt, gar nicht so weit suchen müssten. Und das ist auch die Aussage des Dalai Lama ist gewesen, übrigens an die Gruppe der Leute, die ihn besucht hat. das war eine Gruppe von Rabbinern und Jubus, die teilweise in Indien gelebt haben, teilweise in den USA oder teilweise aus Indien nach den USA gekommen sind, die Rabbiner, die unterwegs waren, da waren von Reform, Liberalen, aber auch ein orthodoxes Rabbinerpärchen, das dabei war, da waren Jubus, die etwas von Gläubigen kommen, Judentum, dann raus sind, also alles gemischt. Und die Szenen sind faszinierend, wenn man die Jubus zum Beispiel sieht, die zum ersten Mal wieder die Gebetsriemen anlegen morgens, zum Morgengebet, das regelmäßig stattfand und der Dalai Lama im Prinzip, also die Aussage war tatsächlich, ihr müsst gar nicht so weit gehen, ihr habt doch alles. Ihr müsstest gar nicht bei mir suchen, ihr habt doch die Werkzeuge bei euch und das stimmt. Das heißt nicht, dass man nicht von ihm lernen kann und er nicht genauso gut voneinander lernen kann, aber tatsächlich, da ist viel, was noch verborgen ist, was nach vorne zu hohen ist. Übrigens gibt es auch da einen guten Witz, kein jüdisches Referat ohne Witze. Da gibt es eine alte jüdische Dame, die sich aus den USA auf dem Weg zu einem Guru, nennen wir ihn Shantaram, den Guru, macht nach Indien, sie nimmt den Flieger, sie fliegt nach Delhi, nimmt dann den Zug, nimmt dann den Bus voll, läuft dann Kilometermarsch, übernachtet in Dörfern, kämpft sich den Berg hoch vom Base mit der Tracking-Gruppe bis nach oben hin zu dem Kloster und kommt am Kloster an und da ist eine riesen Schlange. Da kommt jemand aus dem Kloster raus und sieht die alte jüdische Dame und sagt Entschuldigung, meine Damen, aber das wird echt stundenlang, das kann ganz 24 Stunden dauern, bis sie drankommen. Wollen sie nicht lieber Pause machen und sie kommen in der Woche? Nein, nein, ich muss jetzt mit dem Guru Shantaram sprechen. Gut, sie wartet, sie hat durch, sie bleibt die ganze Nacht bach und dann ist sie dran, kommt nach vorne, der Guru schaut sie an und die Frau sagt zu ihm und der Assistent des Guru sagt, sie dürfen nur eine Handvoll Wörter benutzen, wenn sie ihn ansprechen. Kein Problem, stellt sich hin und sagt, Schlomo, komm endlich nach Haus. So, das ist das Beispiel, das hat sehr viele jüdische Leute unterwegs waren damals und eben auch aus meinem Freundeskreis sowieso kenne ich auch Freunde von mir, die jüdisch sind, auch aus Deutschland, die in Asien in Klostern Zeit verbracht haben, um eben die Meditation zu erlernen, um da auch weiterzukommen. Megaspannend. Ich glaube, wir könnten das noch sehr lange vertiefen. Aus Zeitgründen fände ich es trotzdem ganz interessant, wenn wir noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen könnten. Du hast es schon ein paar Mal angeschnitten und erwähnt und zwar hast du ein Start-up gegründet und der Name des Start-ups ist tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, schon eine Verbindung zu dem Thema, was wir gerade hatten. Vielleicht könntest du vielleicht erst mal erzählen, was ihr da so genau macht und vielleicht auch, wie der Name zustande kommt. das ist ein Start-up, den ich mit meinem Geschäftspartner Dr. Sven Sauer gegründet habe. Das ist ein gutes zweieinhalb Jahre her, dass wir das damals gegründet haben und dem ich mir jetzt seit knapp über einem Jahr die meiste Zeit widme. das ist ein Start-up, das ein Unternehmen, das ähnlich an pharmazeutischen Unternehmen aufgestellt ist und sich auf den medizinischen Cannabis-Bereich fokussiert und da insbesondere die Kette abdeckt von dem Import, also sprich dem nach Deutschland bringen oder Zusammenarbeit mit Herstellern, die das schon importiert haben, das in den Vertrieb, also dem Vertrieb bringen, die Weiterbildung und auch gleichzeitig dem Vertrieb an die Apotheke, so dass das dann unter Betäubungsmittelgesetz konform an den Patienten abgegeben wird. Das ist, da gab es eine Öffnung auf der medizinischen Seite in Deutschland seit März 2017. Die Patientenzahl ist seitdem, wenn man das mitbekommen hat, stark gewachsen. Die Arbeit, die wir hier durchführen, ist natürlich auf der einen Seite sehr großhandelnd, klassischer pharmazeutischer Großhandel, andererseits ist das nicht die einzige Arbeit, denn wir arbeiten natürlich auf der anderen Seite daran, dass die Heilpflanze im Prinzip auch nachhaltig in Deutschland eben nicht nur als, ich nenne es immer so Amazon-Paket-Geschäft durchzuführen, sondern tatsächlich nachhaltig. Nachhaltig über Arbeit, Weiterbildungsarbeit, Ärzteweiterbildung verschreiben, auf der verschreibenden Seite, Weiterbildung an den innovativen Arbeiten, sprich auch wir arbeiten hier mit Herstellern zusammen, international, Kanada, Australien, Spanien, Portugal, um eben neue Innovationen im Campus-Bereich auch nach Deutschland bringen zu können, um dann evidenzbasiert, also sprich auch mit klinischen Studien zusammen, eben den Nutzen der Heilpflanze weiterzubringen in Deutschland. Ich selbst bin noch, nebenbei habe ich vor kurzem eine Ausbildung angefangen zum Sachverständigen für Cannabis-Medikation und erhoffe mir hierdurch auch eine gewisse Zusammenarbeit, tiefere Zusammenarbeit mit Ärzten und auch Apothekern und Verbänden natürlich auch ausbauen zu können, um tatsächlich hier den Nutzen, medizinischen Nutzen des Cannabis nach vorn zu bringen. So, da kann man natürlich die Frage stellen, was hat es mit jüdischer Meditation zu tun, denn das ist ja der Titel des Podcasts, sehr viel. Aber was wichtig ist vielleicht erst mal, dass Cannabis, medizinisches Cannabis im Judentum koscher ist. Das ist koscher. Der Nutzen dieser Heilpflanze ist im Judentum bekannt, lange Zeit schon bekannt. Cannabis ist zu biblischen Zeiten Tempelzeiten schon bekannt. Es kürzlich wurden sogar in der Nähe von Tel Aviv, Tel Arad glaube ich war das, bei der archäologischen Ausgrabung bei einem, also einer Synagoge, eines Gebethautes, auf dem Altar Residuen von Cannabis gefunden. Also es ist auch, und das ist nicht die einzige Source, aber es ist eine wichtige Source, denn hier ist es klar zu zeigen, dass es auch im Gebet in irgendeiner Form eingesetzt wurde. Es ist wahrscheinlich nicht der Form, die wir heute kennen, es ist kein Vaporisator, der eingesetzt wurde, bei jedem Einzelnen, aber es hat auf jeden Fall, es ist eine Öffnung, es ist ein Werkzeug, das eingesetzt wurde, in irgendeiner Form, um hier auch bestimmte, ja, unterstützende Arbeit zu leisten. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist auch ein Werkzeug auf der medizinischen Seite und komplementär, weil es doch, es ist ein Naturprodukt, es ist ein Agrarprodukt, es ist ein Wirkstoff medizinisch, aber es ist ein Agrarprodukt. Und das öffnet natürlich auch Arbeiten, die ganzheitlich, und das weißt du, Philipp, ja auch aus deiner Arbeit, eben Prävention, aber auch wenn man dann schon in der Medikationsphase ist oder Arbeit ist mit den Patienten, eben sich zu öffnen anderen Wegen und anderen Werkzeugen. Und das ist wichtig, denn das Pflaster alleine ist ja nur so das Wehwehchen, wir das kennen aus Kindheitstagen, das wird schon wieder gut. Tonka, wir hatten es früher besprochen, es wird schon. Und das Pflaster ist ja nur so eine oberflächliche Hilfe, um dann weiterarbeiten zu können. Und tatsächlich, die Arbeit bleibt beim Patienten, das finde ich auch sehr wichtig, dass der Patient hier immer wieder, wo es möglich ist, dass der Patient immer wieder ihm die Möglichkeit gegeben wird, an sich zu arbeiten, andere Werkzeuge hinzuzunehmen. Und da spielt die Meditation eben doch eine wichtige Rolle, finde ich. Ich finde auch hier, medizinischen Nutzen ist Meditation absolut essentiell. Ich glaube, Salesforce hat letztens, war das in jeder Etage in San Francisco in dem Gebäude, man kennt das Pyramidengebäude in San Francisco, auf jeder Etage einen Meditationsraum. Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Ich finde es faszinierend, dass es das gibt. Das ist schön, dass man Infrastruktur baut. Natürlich muss es auch genutzt werden. Genauso wie man Infrastruktur, man stellt ein Mittel her oder jetzt sagt man jetzt Cannabis als Wirkstoff oder für den Patienten tatsächlich am Ende des Tages muss es genutzt werden und gearbeitet werden. Und das ist, meiner Meinung nach bleibt der Patient irgendwo, wenn man mit ihm zusammenarbeiten kann, auf der Meditationsbasis oder jetzt über Cannabis als Medikation zum Beispiel, es bleibt immer so ein Türchen offen, dass man dem Patienten wieder so die Eigenverantwortung zurückgibt. Und ich glaube, das ist auch so eine Herzensangelegenheit von mir. Das würde ich gerne weiter ausbauen, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, den Patienten ermöglichen die Eigenverantwortung. Was er damit macht, ist eine andere Sache. Heißt ja auch nicht, dass jeder das nutzt, aber man gibt ihm die Möglichkeit. Wir hatten es mal im Arzt, der im Klinikum arbeitet, gesagt, ihr sagt dem Patienten, nicht gleich zu Anfang, aber relativ früh irgendwann, übrigens, eure Verantwortung gibt ihr nicht weiter Garderobe ab, wenn ihr hier reinkommt. Es ist tatsächlich immer wieder, auch daran zu erinnern, ist eine Eigenverantwortung da. Und ich glaube, Meditation ist, wir kommen immer wieder zu deiner Frage, Tonka, was macht Glück, was hilft? was hilft, ja, also, wer heilt, hat recht, und ich würde sagen, aber erstmal zur Heilung zu kommen, muss man tatsächlich jemandem auch näher bringen, ihm erlauben, sich näher zu nähern zu können, es ihm näher zu bringen und es ihm vorstellen zu können, dass es hier viele Werkzeuge dazu gehört, Meditation näher bringt. Und ich glaube, jüdische Meditation, jetzt natürlich für jüdische, für die jüdische Gemeinschaft allgemein, es ist ein Werkzeug, das da ist, es ist nicht verloren, es ist schön, wir haben über Essen gesprochen, konnten wir nicht sprechen, Rambam, sehr bekannter Rabiner, der damals aus der Maimonides bekannt, der damals geflüchtet ist vor der Inquisition, einer der größten Gelehrten im Judentum übrigens, der damals in Ilkhod, der Ort über gesundes Leben geschrieben hat und wir reden hier von der Zeit, er war damals, ist damals geflüchtet, ist damals bis nach Ägypten gekommen, war damals Oberrabiner, Oberrabiner Ägyptens, hat die Gemeinde Alexander geleitet, Alexander, hoffentlich irre ich mich hier, aber ich sage, es war in Ägypten, die Gemeinde geleitet, war der Leibarzt des Königshauses in Ägypten, also es stand viel auf dem Spiel und der Mann hat Aussagen gemacht darüber, wie, und hier ist eine Aussage, die er gemacht hat, über gesundes Essen, Kauen, bewusstes Essen, kennt ihr ja auch aus der Meditation, das bewusste Essen, das Kauen und er sagt, if you follow the directives outlined in this chapter, das ist jetzt übersetzt aufs Englische, I guarantee you that you will not become ill your entire life, neither will you ever need a doctor, and you will only die, after you reach very old age, also, man muss das immer im Kontext, das kann ja heute jeder rauswerfen, auf Facebook, auf sozialen Medien, so ein Satz, damals stand viel auf dem Spiel, also die gesamte, er war der Leibarzt, wäre, Gott bewahre, etwas passiert, wäre, der Preis für die Gemeinschaft, die jüdische Gemeinschaft, wäre sehr hoch gewesen, nicht nur sein eigener, und der seine Familie, sondern da waren viele Menschen, die dran hingen, und er hat sehr viel darauf, auf gesundes Essen, auf das Essverhalten, immer wieder darauf zurückgegriffen, um zu sagen, dass das der essenziale Teil ist, das, was man isst, ist wichtig, noch wichtiger ist, wie man es isst, und da können wir über Meditativen und wieder essen, was immer wieder, auch in der heutigen Zeit, wo wir doch, in der westlichen Welt insbesondere, eher die Herausforderung haben, auszuwählen, zu dürfen, zu müssen, auch, um gesund zu leben, eben das Essverhalten und ein wichtiges Verhalten ist. Das ist sehr cool, das hat auch, glaube ich, auch, was du auch gesagt hast, dass dieses Bewusstsein, auch etwas zu konsumieren, sollte da sein, das ist genauso, glaube ich, mit Cannabis, und wofür soll man das einsetzen, sollte immer erst mal klar sein, für sich, und das, was du machst, finde ich richtig spannend, wie du eben Meditation und auch noch medizinische Cannabis verbindest, ich glaube, du kannst auch, das auch sehr gut beibringen, wahrscheinlich an den Menschen, die Cannabis für medizinische Gründen verwenden wollen. Ja, obwohl ich natürlich Patienten, darf ich natürlich nicht beraten, das ist, also jetzt direkt, ich habe die Ausbildung aber noch nicht gemacht, das ist, und, aber ich glaube, das ergibt auch hier noch mal, und ganz kurz zu Cannabis, was mich auch fasziniert damit ist, dass es hier die Zusammenarbeit immer wieder zwischen Arzt, weil es halt Phyto, Endokannabin, Cannabioden und Endo, also, und das bei jedem Menschen eben anders ist, ja, die Rezeptoren sind anders, die Reaktion ist anders, und hier die Zusammenarbeit sehr wichtig ist, und das finde ich auch spannend, der Arzt und der Patient und der Apotheker arbeiten sehr eng zusammen, und das passiert wenn man jetzt an Pharma allgemein denkt, nicht oft, ja, dass es diese Möglichkeit gibt, meistens ist es eine Verschreibung, und man kommt dann einen Monat oder ein Quartal später, um das Nexokonzept zu bekommen, und hier hat man die Möglichkeit, wirklich in enger Zusammenarbeit, man hat die Möglichkeit, ich sage mal, es geht um die Möglichkeit, wie das ausgelebt ist, bleibt jedem übrig, aber ich finde, jeder sollte die Chance haben, die Möglichkeit zu kriegen, eine wahrhafte Möglichkeit, und im Rahmen agieren zu können, und ich glaube, das ist das Spannende, finde ich, bei Cannabis-Medikation, und es ist nicht nur ein Start-up, ich sehe es nicht nur ein Start-up, es ist natürlich spannend, und auch geschäftlich sicherlich, also es ist sehr spannend, und vielfältig, und auch die Menschen, die man trifft, und ich finde gleichzeitig, die Chance ist eben, dass man diese Symbiose hinbekommt, das ist so meine Ansicht, und was mich so als Berufung da reingebracht hat, in diesen Bereich. Ich habe, glaube ich, noch eine richtig letzte Frage, weil ich weiß, dass wir zeitlich jetzt sehr fortgeschritten sind, aber kannst du mir die neueste Innovation sagen, in dem Bereich medizinischer Cannabis? Ich weiß, dass du dir auch folgst. Gibt es was, was du zuletzt so wirklich gelesen hast, und wo du gesagt hast, oh my God, das muss unbedingt in Deutschland. Ja, also in Deutschland ist natürlich, also wenn man jetzt im internationalen Vergleich guckt, ist Deutschland, also international immer unter Vorsicht, ja, also es gibt führende Länder, die wissenschaftlich sehr weit vorne sind, Israel gehört dazu, deshalb auch, übrigens auf einer Cannabis-Konferenz in Israel hat man alle Couleur von Ultra-Orthodoxen, also man wird gebräuchlich Ultra-Orthodoxen, aber sehr fromme Juden, die da sind, es ist sehr spannend, auf einer Cannabis-Konferenz findet dreimal am Tag ein Gebet statt. Also, ich finde es faszinierend, für mich natürlich, das ist so für mich wie, wie Luftatmen, das ist, für mich fasziniert das, ich fühle mich da sehr wohl. In Israel ist er weit vorne, Kanada ist vorne, USA ist vorne, jetzt nicht nur im Freizeitgebrauch, aber auch wissenschaftlich, weil vorne verschiedene Länder, Deutschland ist gar nicht so weit hinten, wie das immer dargestellt, finde ich, Deutschland ist halt einfach, die Gesetzeslage ist klar, die ist schwarz-weiß, die Gesetzeslage in Deutschland, so ist unser System, wie es funktioniert, und es funktioniert hier auch, ja, nicht umsonst haben wir mehr Patienten als alle Länder in Deutschland, in der EU. Und die Innovation braucht halt jedes Mal Schritte, die einfach langweiger sind. Also international, was passiert? Man nennt es diesen Schritt, der über die Blüten und Öle hinausgeht, wird in Nordamerika Cannabis 2.0 genannt. Ich mag das irgendwie nicht so sehr, weil das hört sich ja wieder so sehr IT, das ist nicht so mein Geschmack, ja, diese 2.0-Ideen. Aber ich nenne das so die Innovation. Also klar, das geht in Extrakte, das, man redet sich von Pillen, dann ist die Frage, Aufnehmen, Bioverfügbarkeit. Creme ist das nächste, wo man arbeitet, relativ schwer. Zu Glück haben wir auch einen Schutzfilm auf unserer Haut drauf. Dann habe ich letztens gelesen, Badesalz als Aufnehmung ist das nächste. Die Pille ist, glaube ich, würde ich sagen, wo viele dran arbeiten, ein Ideal. Was gibt es noch an Cannabis-Innovationen? Also es gibt relativ viel. Also viel, es wird wirklich viel reingesteckt in Extrakte, Extrakte-Lösung, Extrakte, eventuell vaporisieren, auch da wieder Bioverfügbarkeit, wie die Aufnahme ist, muss man gucken. Also das ist so, ich glaube, die Carrier, mit was man die Extrakte einnimmt, ist auch, da gibt es die wildesten Sachen, auch da kommt man wieder zurück auf die natürlichen Öle und nicht auf Himbeer und Kokosnuss und welche Geschmäcker. Ich glaube, da geht der Trend tatsächlich wieder zum Natürlichen. Persönlich finde ich es sehr gut, auch Medizin ist es sehr gut, dass man da wieder zurückkommt auf den Boden. Mir ist es entgangen, ich muss dir gestehen, ich habe letztens was gehört, es war nicht das, beiderseits gibt es schon länger, ich habe es vergessen. Es gibt was ganz, ganz Neues, aber woran wir jetzt auch arbeiten, innovativ, das kann ich schon mal mitteilen, wir haben so eine, um diese Symbiose, weil ich da das untermauern möchte, möchte ich so Baukästen, also so Grundbaukästen, mit denen wir arbeiten wollen und Möglichkeiten der pharmakologischen Arbeit zusammen mit den Patienten und dann wirklich so mit dem Patienten zusammen mit dem Arzt zusammen dieses Schraubstellen und jedem die Möglichkeit zu geben, daran arbeiten zu können, das zu trainieren, aufzubauen, wieder anzupassen. So, das sehe ich so als, wenn man sagen, als mittlere Zukunftsmusik. Mega, mega spannend. Wir sind leider schon durch mit der Zeit. Ich glaube, wir könnten noch mal ein Gespräch führen, weil da noch so viele interessante Themen dabei waren. Hast du vielleicht noch abschließende Worte? Ja, doch, zum Thema jüdische Meditation. es geht in der Meditation auch nicht nur um also um die Erdung, um die Verknüpfung und die Connection, sondern und das ist mir ein Anliegen, es geht um eine Wachheit. Und das ist mein persönliches Anliegen auch. Es geht darum, wach zu bleiben. Man merkt das oft, wenn ich auch Meditation geleitet habe, dass einige Leute dann wirklich fast umkippen, weil natürlich eine Müdigkeit hochkommt und eine Entspannung, die sie wahrscheinlich zum ersten Mal erleben. Das ist die körperliche Seite. Mentale Entspannung, eine Ruhe und am Ende des Tages geht es auch um Wachsein, um wach zu bleiben. Und mit der Ruhe aber gleichzeitig so eine wache Ruhe, so eine wachsame Ruhe wie so eine Nachtwache. man hat die Augen offen, man hat eine Ruhe in sich, man hört jeden Schritt die Natur und nimmt es auf, um das zu erreichen. Und ja, ich wünsche, dass das nach vorne bringt und wer weiß, vielleicht, wer weiß, wo das hingeht, wer weiß, wo der Trend hingeht, aber ich sehe dem sehr positiv entgegen. Super, vielen, vielen Dank. Es war ein mega spannendes Gespräch. Danke für deine Zeit. Wir werden die Namen der Bücher, die du genannt hast, nochmal in die Shownotes packen, dann kann jeder das auch finden, wenn jemand das nachlesen möchte. Ja, vielen Dank. Danke für mich. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Okay. Tschüss. Ciao. Danke für deine Zeit. Schreib uns, was dir gefallen hat und welche Themen du noch gerne hören würdest. Vergiss nicht, uns eine Rezension zu schreiben, die Folge mit Freunden zu teilen und den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns darauf. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.